So, drehen wir mal mit dem Rockling in den Arsch. Uh, der ist... Ah, okay, kriegen wir schon hin. Der liegt sehr schnell. Boah! Alter! Der macht ein bisschen Schaden. Da sind die Füße da. Ja, Rockling! Der mit seinem einen Zahn. Den Rest hat er halt schon verloren. Au! Ah, das ist ein bisschen Ruhm. Oh, fuck! Alter, ich bin gleich tot. Oh, steil! Und, mach ich gerade nicht, komm! Boah, leck! La-Latz! Willst du mal was trinken? Der hat was gegen mich. Aua! Ich glaube, ich mach überhaupt keinen Schaden. Ich mach doch ein bisschen was von... Ich mach auch drauf Schaden. Der geht gar nicht. Der geht nur noch auf mich. Bin ich gleich tot. Boah! Immerhin hat er was gegeben. Wir können da oben noch gegen die drei Büffel kämpfen. Die ist noch alle rot. Wir gehen erstmal in die Höhle. Aber echt. Die ist wahrscheinlich ganz kleinisch. Oh, da kommt jemand mit einem Wolf. Na, Bledermaus. Ja. 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 Ich werde einfach mal was gelegt und alle sterben. Oh, die ist ja gar richtig groß jetzt. Oder auch nicht. Bad. Das ist die Fat-Höhle. Und bekommt... Nein, jetzt hab ich einen Haltrad getrunken. Bombe, Bombe, Bombe. Bombe. Boah. Ja, man kann unten durchlaufen. Man kann unten durchlaufen. Super. Glaub was er? Und bekommt! Fortschritt, ne. So, sind wir jetzt hier. Irgendwo um nirgendwo. Östlich, ja? Da drüben geht es weiter, da sind wir wo die hier sind. Oh, da ist wieder so eine Gruppe von Orks oder so. Boah, die sind stark. Ork plus 3. Ich glaube, die lassen wir lieber mal. Ich glaube, plus 3 ist einfach scheiße. Oh, Achtung, da kommt einer. Und der Abt hat einen am Kittel. Oh, schon wieder die Eidechse. Oh, greift mich an. Ich kriege ihn nicht ins Visier, seid zuhörig. Ich mache dem, glaube ich, gar keinen Schaden. Jetzt lege ich dir eine Bombe da mitten rein. Ich war tot, danke. Wer war denn das jetzt schon wieder für ein Idiot? Ich war es nicht. Wir leckten die ganze Zeit Bomben hier hin. Also, ich habe gar keine, also, ich kann schon mal nicht gewesen sein. Oh, nein. Oh, Mann. Ich habe gedacht, ich habe noch die Haltfänge drin, aber ich hatte es. Boah, Leute, Hilfe, 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 Hilfe. Ah, leg, Alter, lass uns abhauen, ey, das ist krass. Wir sterben hier. Was? Sterben und wegfangen. Wir gehen wieder auf die andere Seite der Höhle und machen da weiter. Oh, verdammt. Ich bin noch mit dem Laufen beschäftigt. Ah, fuck, das sind Sachen. Magier. Er rennt direkt rein. Ey, es ist echt hart, hier in der Welt, hier auf Cube World. Die sind hier viel zu stark. Ich werde immer noch verfolgen von so einem dämlichen Hund. Verpiss dich jetzt mal. Ja, ich auch, in zwei. Okay, jetzt ist einer weg. Ich spreche jetzt einfach mal ein paar Felsen. Colli plus drei. Fuck. Ich bin nicht allein. Allein, ich bin nicht gefangen. Und wir gehen zurück zur Höhle und laufen wieder auf die andere Seite, da war's besser. Ja, ich bin über die Höhle gelaufen. Ey, wer legt da... Das ist der Fabi! Guck dir das an, der läuft überall hin und legt einfach die Bomben. Ja, und? Genau, und, Alter, du tödst uns die ganze Zeit. Ja, vorhin, das war doch nicht ich, ne? Ja, klar. Ich will dir auch sagen, du bist der Einwege, der ja Bomben legt. Komm dir mal wieder, oder? Ich verlange den Anwalt. Ich werde verfolgt, ey. Ich lege jetzt auch mal ne Bombe. Einfach raus, protest. Oh, der scheiß Hund! Haha, die hat gefressen, Alter. Hat gerade mein, mein dickes Schwein gegessen. Wo ist denn der Ander? Oh. Nein. So, ich bin jetzt wieder bei diesen drei. Oh, ich bin tot. Skullball. Ich bin auch tot. Ja, da bin ich auch. Okay, irgendwie gehen wir hier gerade nur drauf. Ah, ja. Ich seh dich. Okay, äh, da. Oh, ach, da. Herzlich willkommen zurück. Nur noch zwei im Team. Der Rest ist weg. Da waren es nur noch zwei. Ich bring mal die Büffel hier mit. Das machst du nur einmal. Ich glaub, da wird einer wieder mal verfolgt. Wie immer. Ah, und ich, ich nehme ihn auch vom Hals. Ich depp. Vielen Dank. Ja, toll. Jetzt kannst du auch helfen. Oh, Level up! Juhu! Ah, Mann. So. Da ist die. Da war nur ne Höhle. In die Richtung. Okay. Oh, ein Wolf. In die Höhlen talalala. Ja, die Kledermaus hat gerade ein Schwert für den Krieger getroppt. Da wir ja zwei Krieger haben, streiten sie sich natürlich gleich. Ich glaub, das ist ein Doppelschwert. Achtung, ich leg ne Bombe auf. Ich hab auch ne Bombe gelegt. Vorsicht! Boah, fuck. Was ist da? Was gibst du denn her? Da kann man auch noch eine legen. Aber ich glaube, da geht es hinten wieder raus. Achtung, Achtung! Da legen gleich schon wieder drei Stück. Eine wird reichen, Leute. Wir haben die Kohlendicke. Da kommt noch die eine Wand. Dann gehts raus. Da legen gleich wieder nochmal drei. Ah, da hinten nochmal einigen gelegt. Eine Reihe. Ja, Licht am Ende des Tunnels. Ja, das war mal lange unten hier am Tunnel. Das ist wie für lange. Meine Augen sind sich erst mal dran gewöhnt. Boah. Cool. Zehn Erfahrungen. Zehn Erfahrungen, Alter. Da ist eigentlich nein. Für den Ranger liegt da was. Schon ist es weg. Ja, ich habe es mal geklaut. Moment, sorry. Ich lege es gleich wieder auf den Boden. Oh, das kann er eh noch nicht nehmen, unser Ranger. Aber ist ja geil. Ist noch ein bisschen zu mächtig. Oh, da geht's Crab. Ein Crab. Ein Crab. Ein Crab. Ein Crab. Wenn ich... Die Anfänger. Oh, da unten ist ein Lager. Können wir erstmal Pause machen. Pff, Pause. Was ist denn das für eine Pause? Oh, was ist das? Ein Shepard Dog. Du bist auch ein Schäferhund. Alter, ein Schäferhund. Was braucht der? Wie cool. Wie viel Schäferhund. Helloo. Wututututututututu. Wututututututututu. Was braucht der? Geil wir ankommen. Nein, nicht angreifen. Soll ich meine Bumpe legen? Simon, was braucht der? Du bist unser Tierexperte. Warum so viel? Doch. Ich glaube. ich glaube er ist gestorben beim überlegen und dann probiere ich jetzt halt das will er nicht das will er nicht probiert probier mal das hier was ich nicht glaube aber naja also stellen lolly ja ich will lernen lolly das ganze hier vorher das droppt man nicht mal ach man ja ich hatte mal eins aber das ist so dämlich hat sich immer wieder zurückgelevelt darauf habe ich ja meiner wäre bestimmt schon weiß ich was wir in level aber mein scheiß ich habe level 2 pick verdammt fliege 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 macht die fliege für den wager ist was das ist sogar richtig gut das ziehe ich mir noch gleich mal über cool so da vorne sieht es wieder bergiger aus da läuft ne oga oh mein gott der ist aber rot ein schlag ich halte mich daraus jetzt bin ich irgendwo um die bombe ich habe mich verdrückt drückte ich wohl als der wahrscheinlich wieder aber er ist war dank das war die Kindergärten und klar ja natürlich wegkommst ich bin ja da leidenschaften aaa hat er weg so war klar von dem oga weg das sieht aus oder ein bisschen Gas und feier hat er und 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 ja ein paar herr mal schon und greift ihn an die er war ich doch durch das wir lassen den mal aus hier sagen wir gehen über den fluss und ich sprengen paar berge da hinten sprengen paar berge viel spaß beim berg sprengen wo man sieht es nach einer höhle aus rechts oben die sind doch auch so stark oder? da ist ein feuer, geil da kommt da einer, irgendeiner hat einen hinter sich ich gucke wo er hinterher rennt du hast ihn killen da ist Futter, das könnt ihr nehmen, ich hab das schon oh geil und ich hab noch was für einen Rook du hast doch schon ein Tier, killer Garnele ja, schon oh man hat das oh man oh fuck, 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 ich hab ihn gegriffen und ein haufen Lizard drin der Lizard, nö, das bräuchte ich nicht so an ich hab mich nicht so an noch, schon, ähm alter, alter, alter auf dem Feuer, das ist echt au oh ich will fast down oh ich hab noch eins boah boah echt ey geil, level up das kannst du mal ein bisschen hier Power machen, würde ich sagen so, jetzt muss ich grad mal gucken ich hab hier nämlich irgendwas aufgenommen hier gibt's was von Rook und hier gibt's nochmal was von Rook so, viel Spaß damit wo ist es da und noch was, okay, danke Mensch, Mushroom so, äh hier gibt's ganz viel Mushrooms so viel Mushrooms für mich und ein Mushroom für dich so, aber jetzt da rechts hoch wollen wir da ist glaub ich ein Eingang das ist schlecht das ist gut Fabian, warst du schon mal hier? ich glaub schon ähm, ja, wahrscheinlich überall wo gerade sind, da war meine Wenigkeit oh, das ist ja stark sieht doch schon mal gut aus hier ist ein Alpaka ja, aber das kann aber was braucht man? das kann man doch zähmen guck mal schnell ich, 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 ich ja, das hatten wir nicht das haben wir nicht dabei gab es um das zu zähmen ja, aber jetzt sind wir haben ja mehr äh, Chocolate Cupcake oder nee, das ist ein helles, ne? braunes oder helles braucht ein Vanillacupcake okay, haben wir weder noch hab ich warte mal, ich leg hier mal äh, ein kleines Böhmchen ah, ne, aber ooooooooooooooooooooooooooo bam und weiter geht's wer sich einfach anhört bing geniale Sache für den ranger warum nimmst du niemand anders mit Mensch ja, ich nehm's immer mit aus Angst äh aus, aus Angst aus Angst mir, mir wird wieder mal was geklaut schlimm aber ich bin ja so so nett und gibt's euch wieder so 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 nett also das ich glaub die Höhle geht noch ganz schön tief voll die Ritze immer schön voll die Popo-Ritze hm mhm ja, also Mr. Lemmy-Wing Mr. Lemmy-Wing zuck, 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 zuck ah, da kannst du dich auch nicht einfach legen wenn wir dort sind ich hab doch gesagt, ach, so ein Bomb ne, hast du schon gelegt Oh nein, nein, nein... ja, ne, Fech du bist echt der du bist echt der... du bist echt der Bombe-Spezialist, ey du bist doch getralk mal rein, mein Problem gut, dass du nicht als Sprengstoff-Experte arbeitest Ich bin zurück ey, ich versuch's einfach noch mal. Top, alles besser. Da! Die halbe Stadt weggesprengt. Da lag was. Eisen. Aber wenn man die Dinger sprengt, tropft man manchmal Eisen. Ja, dann lass mal wegsprengen, wenn die Dinger Eisen droppen, zum Teil. Die Dinger hier, warte mal. Hups, auch was ein Bombe. Wir müssen langsam echt mal Bomben fahren. Ich hab noch sie. Ja, ich, ich, ich wirf nicht die ganze Zeit Bombe in die Gegend rum. Nein, schon. Ja, das wissen wir. Nein, hier sind Zwiebel. Zwiebeln. So, ja. Da kommt ne Witch. Da kommt ne Witch. Boah, sie greift mich alt! Ohhhh. Das sind Wahnsinn stark, aber auch schon. Ich bin nicht echt. Ja, du hast getroppt. Für mich. Ein Dildo war gleich weg. Was für dich, Matt? Ein Dildo. Wuuuh. Mit, mit. Griff. sieht aus wie so ein mega riesiges holzschwert griff und aber abgebrochen immer schön was nicht gehört war das ist nicht für mich also ich habe ja sie da oben gestoßen ich gehe darum links auf links ist cooler ein teil rechts und links wenn es gut dass hier niemand kommt war ja klar dass ich das so was war für mich mit der schulter die schulter schulter schon lange weg die liegt schon lang draußen und dann habe ich jetzt was zu sprengen wo 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 hier ja 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 warte bomben master killergarnele legt eine bombe da jagt sich noch selber in die luft irgendwann vielleicht schon aber bis dahin gibt es einfach nur löcher da hinten glaube ich noch mal eine höhe aber uns sind keine ahnung was das schon goblins die können wir nichts interessantes drin außer dem eichhörnchen hilfe wo schon ein eichhörn wollte ich nicht hallo 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 was ab du was ist passiert ja ich wollte ich war ich würde angriffen von gottmins disconnected wir wurden disconnected jetzt muss ich allein hier gehen das geht nicht habt ihr alle disconnected ja es hat einen kompletten server resettet und jetzt sind alle gegner wieder da und ich muss gegen alle kämpfen das geht nicht warum because of you was sind jetzt alle weg ja jetzt muss ich jetzt nochmal aus ja connect connect dir mal neu alles klar was war das jetzt ich mach ja jetzt mal goblin-kampf ich kämpfe auch noch gleich aber ich bin gleich tot so jetzt bin ich tot und ich hab ganz viele tolle sachen aufgesammelt weißt du nicht was aber sicher das ist ganz toll du 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 oh jetzt müssen wir hier sauberdresser was war geht's geht's mit mit connecten so ich schau grad ich müsste gerade wieder die nummer aus dem schickern hier so shop das war hier hinten so rum oder ähm sag bitte das nein es ist falsch verdammt ok doch dann hab ich sie könnte auch sein dass der server abgeschmiert ist also bei mir hat es sich gerade jetzt aufgehangen als ich auf connect geklickt habe fängt es nochmal mit 25 an ist das richtig dann machen wir mal eine Aufnahmepause geil hey bis gleich bis gleich ja 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 oh ja 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 ja